Hallo zusammen, wir spielen das Spiel Children of Mortar, das ist ein Unity-Game mit dem wieder mal total überzogenen Preis von 21,99€, soll anscheinend ein Dungeon-Crawler sein, ähnlich Diablo-like, oder eh ein Action-RPG, dann werfen wir mal einen Blick rein, aber Schwierigkeit. Hier soll ich ein bisschen Musik spielen. Drei Schmuck Aged wood creaked, echoing through the quiet rooms. Das Haus In der Haus stood a shrine to Rhea Dana, goddess and daughter of the land, of Rhea and a being of comfort. Margaret sought answers. But the goddess did not speak. There was only the faint whisper of something dark, something hungry. The old seer's bones felt the weight of their age as she climbed. The only thought on her mind. Has it begun again? So, this is an ultra-langweilige Singtour. Well, let's get rid of it. John's mission would be a simple one. He was to investigate Rhea's greatest shrine. His mother presented him with a fresh Divinity Shard. From his brother came a newly sharpened sword. His wife gave him a kiss and his daughter's hugs were full of reason to return home safe. Mmm. Here he is. He was born. So, hier ist die. 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 Rea, a land long forgotten, a place of unimaginable beauty. It first appeared a sludge given life, slithering creatures, small and vile. Hier ist die. Was? 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 Wenn man über den kleinen Pistil oder dem Buch herbeilaufen kann, warum braucht man unbedingt eine Barriere, damit man sie alle tötet? Ach, Gott. Das war's für heute. A wall, impeding further progress. A battle was certain. Banished by light itself, the corruption abated, leaving the shard cold in hand, dark, in need of life. The shard grew warm, humming softly from the harnessed energy. Before him was now one more dangerous than those that came before. So bad. So bad. So bad. So bad. So bad. Abklingzeit. Wir haben es ja überrissen, dass du so geil bist, worauf du hast, dass du das einlässt. Schön finde ich es trotzdem nicht. Das ergibt mit der Idee, dass ich auf die Nerven. Und noch mehr sinnlose Geschichte. Doch, Gott. Und schon mal wieder Geschichte. Sag mal, kann ich keine fünf Schritte machen, ohne dass der schon zu genauer hat? Das ist doch zu gekotzt. Ich hasse solche Spiele. Ja, das ist wirklich eine Weile, die wir jetzt sind. Das ist doch so geil. Also dieses Spiel nervt Ihre. Besser, wenn ich die Schnauze offen hätte, dann ist es schon wieder. Gott sei Dank muss man das nicht lesen, aber mittlerweile ist es tief total. Was? Und sogar noch insertiert. Was? Und wenn wir die hier mal, können wir, du Schütze, vielleicht kann man da nicht noch raufen. Und schon wieder hat er die Schnauze offen. Wow, du hast den Charakter ausgewählt. Wow, du bist fünf Schritte gegangen. Wow, du hast etwas angeklickt, das leuchtet. Und schon wieder. Halt einfach die Schnauze. Ich will ein Spiel spät. Ich guck den Scheiß da. Okay, ich guck den Scheiß da. Ich rufe diese Schnauze. Ich guck den Scheiß da. Also du總, wie auch gleich Siz,, schwebst dein Filmen und gucken. Jetzt Obrig! Ich glaube, j tangent !" Wir beide auch gesagt. Wара, warte! Ich spün幾erweise tak! Ich ste escreve, aber das liebensche. Ich sage fool von chegar. Warte, שkä Hi Nuclear ist es werotherap? Es roch. IchMac Herr Schuss. Und wieder das klassische Priority, sie laufen nur straks auf einer zu. Meiner hätte sie euch nur ein bisschen überleimt lassen können, um die ein bisschen interessant zu machen. Da muss man heilen und erst freischalten. Die Berkson beginnt zu verlieren, wunderschöne ob das Death war. Es war wärmer, als sie erwartet. Das... Ich weiß nicht, bin ich jetzt, glaube ich, 30 Sekunden oder wie lange war das jetzt? Und schon wieder die Schnauze offen. Nein, ich will's nicht wissen, ist mir wurscht. Bauer, es gibt eine Schwede! Du, boah, ich wollte sie wissen! Nicht so, als hätte ich mir aussuchen können, welche alles vorgegeben ist. So! So, das war das Gold. Und da ist mir wurscht. Mit Tick. Was kann man hier machen? Die Informationen ein bisschen. Hier ist der Codex also. Wenn light faded from the sky and most were fast asleep, Mary would write about her family, immortalizing them for future generations. DERGENDS 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Und er hat schon wieder die Schnauze offen. Und er hat schon wieder die Schnauze. Das war's für heute. 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 Das ist dann richtig schwer vor. Darüber bei die Gof Isaac diese blöden Dinger einsammeln. Kann man sich selbst ermorden? Ja. Ach, das lädt sich auch noch auf. Na wunderbar. Oh, das wird aktiviert durch meine blöden Kugeln. Oh, ich kann das nicht tun. Sterben, wirklich durchsterben. Ohne Sinn und Verstand, einfach... Ach, wäre es wirklich so schwer gewesen ein paar Heiltränke zu geben. Ja komm, spring weiter. Idiotisch. Ach, und schon wieder die Schnauze offen. Das ist doch phänomenal. Nee, nee, nee. Ich breche diese Stelle ab. Children of Mortar, einfach nur Schrott. Lass die Finger davon, das Ding ist absolut gar nichts wert. Das ist einfach nur Müll. Es macht gar keinen Spaß, dieses Spiel zu spielen. Also du kannst recht die Tonne treten. Nimm irgendeinen anderen. Irgendeinen, aber... Nee, das nicht. Und schon gar nicht um diese 21...